Vor allem erstmal, es ist genau wieder dieselbe Map, ey, das kann nicht wahr sein. Jetzt haben wir einen Billy oder was, Legacy 3, oder P3. Ein Prestige 3-Billy. So ist das bequem, aber ich möchte gerne so, ich fahre euch eine Huntress. Gerne anlehnen wieder, aber es geht nicht, sonst hört ihr mich nicht. Es wäre doch schön, dass ihr mich hört. Adi, ist das, äh, ich glaube, denke ich nicht. Ich denke nicht, dass das der YouTuber ist. Außerdem, was ich auch noch sagen will, ist, ähm, Nemesis Tournament 4 beginnt, Anmeldungen beginnen am 01.05.2019. Also, in, äh, drei, äh, vier, in vier Tagen. Und ich glaube, bis zum 9. und am 19. beginnt das, um 13 Uhr. Irgendwie so war das. Was man dort gewinnen kann, ist, äh, Brasil Cloded, das Exclusive Outfit. Ja, da kommt die Huntress. Das Exclusive Outfit. Und, ähm, die David Donkey Jacke. Auch das Exclusive Outfit. Boah, ey, die schummelt ja gar nicht hier rum. Was? Warum? Warum? Warum wurde sie nicht gestunt? Also, sie wurde gestunt, aber... Das ist wieder fies. Fies hoch drei, ey. Boah, was ist das für eine... Oh, okay. Keine Ahnung, was ihr da macht, aber... Okay. Check nicht das hier ab. Hier bin nämlich ich. Und ich ruhe hier in still. Ich würde mich gerne heilen. Oh, ich... Bitte werde ich jetzt nicht verfolgen. Ich habe gerade irgendwas aufgekratzt, denke mal so. Das fühlt sich an, ob ich irgendwas... Wow, sie sieht mich gar nicht. Okay, gut. Ich muss trotzdem gucken, ob ich hier... Äh, okay. Die war doch irgendein Gen richtig weit. Ja, okay. So geht's auch. So geht's auch, aber... Mal ruckzuck so. So... Schlackt sie auch schon? Das schaffe ich nicht, tut mir leid. Würde ich leider gerne helfen. Geht aber nicht. So. Irgendjemand Flashlight? Ich nicht, tut mir leid. Sie kommt direkt zurück. Renn doch! Sie kommt! Sie will dich! Nicht mich! Ja, weg. Ich bin selber schuld, ganz ehrlich. Was? Äh... Keine Ahnung. Dafür gibt's keinen Kommentar. Ja, Meg. Aber du warst doch selber schuld. Was machst du denn da? Renn weg. Ganz einfach. Wo läuft das? Scheiße. Ich... Ich wollte... Sie hat das... Sie muss irgendeine Adobe drauf haben, dass man das nicht hört. Eigentlich... Ich hab die ganze Zeit nur draufgearbeitet, dass es irgendwer so... Äh... Macht! Aber es hat es ja nicht gemacht, deswegen hab ich das so umgeschmissen. Auf einmal macht sie es. Man hat es ja nicht gehört, den Sound. Also immer noch die Killer, die ich finde, sollten ein bisschen runtergedreht werden, dann sind... Ähm... Seuche... Nurse... Ich will grad... Der ist noch so wirklich, den ich hasse, der so ein bisschen stark ist. Huntress... Na ja, gut, ne? Ganz einfach. Die kann man da nicht juken. Also ich denke, ich hab nur diese zwei. Hillbilly und Ladderface, die kann man eigentlich auch ganz einfach juken. Also da muss man einfach nur ein bisschen spielen. Gegen den hat man auch den Dreh raus. Also ich denke mal so, Seuche und ähm... Nurse sollten... So erstmal runtergedreht werden. Zumindest die Nurse, die ist ein bisschen zu stark. Die ist schon seit... Jetzt fast drei Jahren draußen. Und daran hat sich immer noch nichts geändert. Kein Buff. Aber lieber die Survivor Perks ein bisschen runterdrehen. Zum Beispiel Decisive Strike. Nehme ich jetzt gar nicht mehr mit. Weil das ist jetzt sinnlos geworden, finde ich. Manchmal kann man den nochmal nutzen. Aber ich finde der ist jetzt... Sinnlos geworden. Ach David. So, ich wette, ich geh jetzt runter in den Keller. Um mir die Kiste zu holen. Können wir mal probieren. Und ich wette, äh... Kommt die Huntress zu mir. Weil sie den Perkverbot dabei haben wird. Ich lasse erst... Ich geh jetzt mal in den Schrank. Komm raus. Geh runter. In den Keller. Wo hier? Guck mal hier. Ja, warte mal den. Kann er anmachen. Ja, warte mal den. Kann er anmachen. Ja, brauner Wechselkoffer. Haben wir wieder diesen Bug? Also ich hatte ihn ja... Ob beim Legion Mitschäftler Patch ständig. Dass ich immer nur alles braun gefunden habe. Was ich noch... Eigentlich gut finde, was hinzufügen könnten, wären braune Taschenlampen. Ich meine, es gibt braune Toolbox, braunes Medikit. Oder einen braunen Schlüssel. Das wär's auch noch, ne? Aber trotzdem... Ähm... Es ist auch immer sowas, was ich ganz oft... So... Mal von früher... Vermisse. Ah, hat sie keine Hedges mehr, oder was? Hedgerina, Hedgerina... Auf einmal... Auf einmal. Ganz ehrlich. Auf einmal hast du. Auf einmal hat sie. Ey. Verarsch, ich kenne mich alleine. Ich geh rein ins Eck von dir. Sie will mich immer noch... Ey. Was hat sie denn gegen mich? Bin ich zu stark? aber ich auf sie auf gott ey das war grad okay 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 ich wusste jetzt auf einmal wird sie schlagen weil sie hat gar nicht mehr ihre hatch probiert sie hat auch keine mehr denke ich mal oder holt sie sich jetzt neue sie holt sich neue max ein gen left sie will immer noch nicht ich bin anscheinend vermutet weiß sie wer ich bin ne okay warum oh danke das ist ziemlich nett von dir gewesen damit will ich auf jeden fall entkommen jägers an die kasten haben auch nicht immer so oft so noch mal punkte beweise dich also meck hat beweise dich also sie hier ich ja nicht einfach nur ich nehme anführer mit einfach dass das heilen bisschen schneller geht ja david david hier sind wir nicht der meister wurde auch und meck alter ist ja jetzt schon tot ist ein bisschen schade weil ganz ehrlich wir hätten können alle entkommen sie spielt auch nicht wirklich so gut war keine adrenalin hat und was macht die hand schluss jetzt geht meck hier warum lässt klack sie jetzt jetzt sammelt sie auf nach öffnest du keiner geht wenn sie jetzt allerdings umsat barbecue der weiß sie jetzt das zeigt ja dann da auf den ausgangstor warum soll ich da hingehen was ist denn da geht es denn dann ist da kein mensch okay ich nehme alles ich nehme alles zurück ich nehme alles zurück barbecue damit konfirmt auf jeden fall konfirmt ist keine handflüss gehe einfach so ich gehe noch mal das bis flink aufgeladen hat die hausel genau wie ich kann doch mal ich kann ja Ja gut, nöt sollten Jetzt will ich gleich mal reingehen Sie hat nöt Wir wissen nicht, wo nöt ist Will ich gar nicht so rein Nochmal in den Nebel Vielleicht würde ich lieber einfach rausrennen Hat sie jetzt Bloodrun? Ich denke nicht Der Pack ist sinnlos Also jetzt noch Beim Endgame Kollaps Könnte man nochmal darüber ein bisschen sprechen Aber jetzt finde ich der Pack ist noch ein bisschen sinnlos Weil manchmal Wollen wir jetzt raus? Sie können raus Sie rennt raus, ich renne raus Oh, sie ist gleich rausgeraten, dann tut es mir leid Ich dachte, sie rennt raus Ränge steigen Jetzt steigen wir auf den Rängen Jetzt geht es endlich ein bisschen Ja, Barbecue, ich wusste es Aber sie hat nicht das Add-On drauf Was ich gewettet habe Ich habe ja einen sogar mit Rang 13 Ey, wer war das denn? War das die Mech? Ach, Ladmeine Das war der David Das war der David Das war der David Mech war das hier Das war der David